Good evening everyone und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Destiny. Wir sind Really Green Tower Games, ich bin nicht Johannes Brot. Und wir haben Upgrades. Wir haben letztes Mal den Boss. Das war glaube ich die erste Stelle, an der ich das erste Mal so richtig gescheitert habe, sag ich jetzt mal. Wo ich echt so viele, so Schiele Versuche gebracht habe. So Schiele, ey. 138. Wohin fliegen wir denn? Oh. Ich musste wieder so hin, weil ich ja gerade die Mission beendet habe. Gucken wir mal, was unser Sprecher dazu sagt, dass wir jetzt in den Garten können. Wir können jetzt in den Garten, Leute! Wow! Gut, Eber, ach ne. Ha 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 ha. An Engerfist. Okay, Engerfist 87. Ja, okay. Dekodieren bitte. Du, dass du das in der Hand hast, sind wie was auf dich auf. Was ist in der Post? Die Routen tauschen. Ich hüpfe anstatt zu reden. Arme? Bestätigt. Alles erledigt. Neue Missionen waren das, wa? Also, Beute, Züge. Ich müsste mal irgendwie alte abbrechen. Die habe ich schon. Ähm. Da muss ich anscheinend doch keine alten abbrechen. Außer natürlich, ich möchte die eine da nochmal machen, die ich schon erworben habe. Was? Ich habe meine Bewegungen nicht im Griff, oder? Ähm, ja. Oh. Reinrumwächst. Reinrumwächst, oder Deinrumwächst. Die Gruppe der Stadt fragen namentlich nach dir. Okay. Man kann auch irgendwie vergleichen. Ach du Scheiße. Da haben wir schon das Neue. Dankeschön. Vielen Dank. Gut, dass du zurück bist. Ja? So will es auch gar nichts mehr mehr. Okay. Schnell wieder an die Front. Aber schnell nochmal eben das Neue ausrüsten. Okay. Jetzt haben wir jetzt hier so ein über-hyper-Nemesis. Nemesis-Ebene. Ach du Scheiße. Ist aber auch cool, ne? War nicht so farbig, sondern ein bisschen dezenter. Aber epic. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich mochte dieses goldbraun-gelb-orange-Zeug eh nicht. Dann wollen wir mal, äh, hier. So geht das. Genau. Los geht's zum Arbit. Und dann, wup, wup. Nächster Monsieur Hahn. Monsieur Hahn. Oh-ha. Ja, machen wir mal eins von denen, ne? Weil das ist schon, äh, sehr schwer. Der Schwarze Garnach. Der ist auf dem Mars. Ich dachte, das wäre ein einzelnes Gebiet. Aber okay. 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 Ich meine, ich könnte natürlich auch Patrouille machen. Aber, nein. Ist schon okay. Ja, ähm, die begrabene Stadt oder lieber steigende Flut. Machen wir mal den hier. Weil ich kam ja so von hier und dann bin ich da hin. Das ist dann ja, glaub ich, so. Ja. Ist auch scheißegal. Jetzt ist Level 17. Ich bin immer noch an der Level. Aber dann mache ich jetzt auf jeden Fall erstmal alle anderen Missionen, bevor ich zum Schwarzen Garten gehe. Eieieieieiei. Die Vex übernehmen die Oberfläche, um den Schwarzen Garten zu schützen. Bald könnte der Mars schlimmer aussehen als die Venus. Wir müssen herausfinden, woher sie kommen. Ja, ich verstehe schon. Wenn ich töte und sterbe, du scannst Sachen. Und opferst voll dein Leben für den Mars. Wir müssen einen Konflux wie auf der Venus finden. Eigentlich ist einer hier in der Nähe. Sobald wir wissen, woher die Vex kommen, musst du sie erledigen. Sonst wird der Mars früher oder später zu einer ihrer Maschinen. Achso, hier sind jetzt auch Vex. Oh nein, hoffentlich haben die nicht irgendwelche neuen Vex-Sorben. Was wollte ich sagen? Dass, wenn ich hier mal durch die Gegend fahre, ich die da zum Beispiel links liegen lasse und die da nicht, weil das sind Vex. Scheiße. Naja, nichts, was man nicht mit Skill ausgleichen kann, ne? Wenigstens kann man hier mit diesem Transportviech... Immer einfach irgendwo absteigen und es dann wieder neu beschwören. Nicht so wie bei Skyrim oder so, wenn man dann das Pferd vom Berg absteigt. Oder erst... Nee. Erste Situation, man versucht mit dem Pferd, den Berg hoch zu klettern. Fällt... Weiß ich nicht. Einen 10 cm hohen Stein runter, das Pferd stirbt. Oder man ist stehen und findet es hinterher einfach nicht wieder. Oh. Stimmt, da sind ja deren Kapfe. Es wäre ja cool, wenn diese Mission wirklich Auswirkungen haben würde, jetzt auf den Garten, dass da dann weniger weg sind oder so. Was ist das jetzt? Die begrabene Stadt war doch die andere Mission, oder habe ich die jetzt genommen? Nee, ich habe die begrabene Stadt genommen. Was ist das gemacht? Wow. Yay. Was ist jetzt hier so begraben? Ey, seit wann habt ihr ein... Schild? Aua. Was bist du denn? Ach, die Hobos. Geht das Schild auch gar nicht kaputt? Also ganz wenig, ne? Wo ist er hin jetzt? Hallo? 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 Ey, das geht nicht. Das krieg ich mit... Das krieg ich nicht hin. Nein, nicht genug Damage. Super. Ich brauche eine super, um... Um einen überhaupt angreifen zu können, um das Schild kaputt zu machen. Es kann nicht sein. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder ein halbes Level, aber... Ich meine, das ist so ein Special Viech hier, aber die... Nein, das ist so ein Hammer, ne? Ich meine, ich bin gerne erwachsen. catch 하고 ich mit machere premieros power! Get 2006 für mich in Wasser. Die Da ist die ja fast noch besser. Vielleicht ist das so Energie gegen Energie cooler. Es ist immer sehr knapp. Aber es funktioniert. So, und wofür das alles? Um hier runter zu können. So komisch, eigentlich denke ich mal, ich laufe einfach nur scheiße in der Luft durch die Gegend. Hallo? Ach, danke. Das hatten wir ja auch schon lange im Jahr, dass ich irgendwo drinnen in so einem dunklen... Fand ich eigentlich ganz gut, dass das ganz lange nicht mehr war. Okay. Ein Firmen-Gebäude. Es könnte hier drin gleich dunkel werden. Ziel auf alle roten Augen, die du siehst. Ja, aber die... die... die Köpfe sind doch nicht daran. Schwachstellen. Man sieht wirklich nichts aus, außer rote Punkte. Ah, und die weißen, die ich eigentlich treffen muss. Ich hab' ich nicht früher immer gesagt, dass die ganz einfach waren. Blöden Harpien da. Ja. 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 Ach da. Ich kann nicht auf Bäuche zielen, das kann ich einfach nicht. Mann, ich bin eigentlich ein Auf-Kopf-Schießer. Moment, bin gleich bei euch. Sollen gucken, was es hier gibt. Krasse Ansammlung, nichts. Ach komm, ihr könnt das... Hab ich hier angefangen? Scheiße auf! Hallo? Hier, ne? Gut. Ich sehe jetzt nicht gerade unbedingt viel. Ah, hannnen. Das kann nur witzig werden. Wieso treffe ich denn nie? Toll, ich habe da auch nur drei Schuss. Ich habe es gut. Alter, Falter, das wird lange dauern. Was ist das denn jetzt? Geht's noch? Geht's noch. Och ey, ne, den hole ich mir jetzt. Da habe ich keine Lust drauf. Das kann ich nicht tolerieren. Au. Das kann ich nicht tolerieren. Jetzt kommt die Aktion hier wieder. Hab' ihn gleich. So, jetzt baller ich ihm einfach noch eine Suppe in die Fresse und dann muss der doch eigentlich sterben, oder? Pass auf, jetzt kommt die Aktion, die Aktion. Also wenn das nicht gesessen hat, ey. Ja, cooles Finale für diesen Part, oder? Am nächsten Mal. Am nächsten Mal geht's weiter, Motherfuckers. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Motherfuckers. Nein. Die Wix scheint unter jedem Planeten schlafende Netzwerke zu haben, die sie jederzeit erwecken können. Wie ist das so. Das ist ein Hit. Oh, oh, oh.